Auf geht's weiter. Neunte Folge. Odyssey im Auflacht des Königs. Version 2.5. Ja, bei der letzten Leichenschändung ist uns aufgefallen, wir haben da hinten noch zwei Wölfe. Die Krypta, ach, die nehmen wir jetzt mal einfach, denke ich mal. Ich könnte es jetzt spannend machen, aber ich weiß, dass in der Krypta, so schaurig sie auch ist, nichts ist. Jedenfalls bei meinem alten Let's Play gibt's einen Sektkelch. Einen Silberkelch. So. Ich finde, ich gehe mal in die Ego-Perspektive, weil erstens sehe ich besser hier in den Grabkammern rein. Zweitens habe ich dann bei der äußeren Kameraführung dann nicht immer die Mauern im Weg. Und schließlich gibt das hier noch so einen gewissen Thrill. So, das ist eine kreuzförmige. Fangen wir links an. Genau, hier haben wir noch einen großen Lederbeutel. Schlaf. Ach ja, richtig. Hier haben wir noch Windhose. Bestimmt von Tony Tornado. Der hat ja immer so gerne Windhosen getragen. Ja, da haben wir ein Grab des Paladins hier bestimmt. Ja, genau. Den machen wir mal auf. Achtung. Das ist die falsche Seite. Ein goldener Kelch. Äh, neu? Ehrlich. Gut. So, von da bin ich aus gekommen. Dann gehen wir mal hier rechts rum. Gucken wir mal, ob wir hier noch was liegen haben. Diese Spinnenweben. Pff. So. Dann, äh, gehen wir hier wieder hin. Lord Sintrams Grab. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ich brauche einen Schlüssel dafür. Das wird lustig. Gibt es hier irgendwelche Gräber? Nein. Ne, da brauche ich einen richtigen Schlüssel für. War das bei meinem ersten Let's Play auch? Ich glaube, ja. So. Bring dir Lebenskraft. Aha. Na, ich habe ja schon ein Amulett. Was? 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 Ich höre einen Wolf. Wahrscheinlich sind das die über mir sind. Glaube ich. Ah. Hier ist kein Wolf. Was ist die falsche Seite? Okay. 63 Güllchen. Gehen wir mal wieder in die... Third Person. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier alles so bekommen haben. Was haben wir denn hier? Amulett der Erdsaun. Was habe ich denn hier? Amulett der Lebenskraft. 40 Lebensenergie. Was ist hier? Ring der Lebenskraft. Gibt nur 20. Das könnte ich nehmen, aber da habe ich wieder weniger Leben. Das ist doof. Im Kampf. Ja. Ja, ich brauche für Lord Sintram den Schlüssel. Ja, das ist wichtig. Und jetzt geht es wieder raus aus der Krypta. Hä? Ach da. Ha. Ich dachte irgendwie, das wäre sowas ägyptisches. Irgendwelche Mechaniken verschieben sich dann die Mauerwerke. Okay. Okay, wir sind draußen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Wölfe mit dem gewöhnlichen Pfeil und Bogen mal innerhalb des Zaun ist. Erstmal gucken. Was passiert? Ich weiß es ja auch noch nicht. Okay, der Wolf geht da hin. Okay, er geht hin und her. Dann versuche ich mal. Okay. 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 Wir machen was anderes. Und zwar... Ja, Pfeil. So, ja, okay. Brennt er jetzt? Er brennt wohl noch nicht. So, jetzt gibt es mehr Schaden. Ja, ich werde wieder einen anderen Bogen an... Einen anderen Bogen... Nein, nicht Feuerfeil. Hallo. So, einen normalen Pfeil. Weil Feuerfeile habe ich nicht so gut. Nicht so viele. Also, nochmal. Erfahrung 100. Wolfgang erledigt. Noch mal ein Fleische. So, mal gucken. Nein. Okay. Hallöchen, Wolfgang. Komm her. Ich fordere dich auf. Gut. Okay. Und der kann natürlich gleich rüberspringen, wetten. Nee. Okay. 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 Was macht denn der für ein Breakdance da? Ah, müßig wird's. So. Oh. Na, jetzt sattle. Ja, das ist gut. Der zweite Wolfgang ist auch hin. Mal B2 machen. Gucken, wie viele Pfeile wir da noch haben. 83, okay. 83 und 21 Feuerpfeilchen. Das ist gut, dass wir das hier, das Gebiet jetzt gereinigt haben. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier in den Ecken finden. Ich brauche wieder ein paar Baumstämme. Okay, hier waren wir auch schon irgendwie. Aber hier, da wo die Wölffingers waren, da war ich noch nicht. Vielleicht liege hier was ganz Wichtiges. Schattenläufer? Nein, kann das gar nicht sein. Es gibt keinen Schattenläufer hier. Auf Tamora. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Schatterrand. Schön. Hier geht es irgendwie hoch. Ah, ich weiß noch nicht. Spannend. Ja, es ist spannend. Vor allem, wenn er hier in der Sackgasse ist. Gucken wir mal. Maybe I come up. Ah, yes. Okay. Okay. So. Jo, sauer. Servus, grüß dich. Wo ist ein anderer? Die machen auch mal Blatt, geh. Oh, ho. Das ist eine... Das ist ein Bauchstern, ne? Oder was ist was? Das ist viel zu eng hier. Wo ist er denn? Erstmal hier, Ego-Perspektive. Das ist mir zu dick hier, dickig. Baumstamm. Danke, mein Wunsch würde erhört. Ach, da ist noch ein Athanas Mollrat. Okay, dann. Komm her. Ich gehe von hier oben aus. Ne. Na, spring doch runter. Trau dich. Aber er trinkt sich nicht. Na, dann machen wir mal eben. Das ist ganz anders. Flupp. Okay. Sehr schön. Komm ich hier hoch. Ah, jetzt mal wieder hier. Den normalen Modus. Ups. Okay. Das könnte klappen. Ja. Es hat geklappt. Schön. Schauen wir mal. Oh ja. Mein Magen grummelt. Okay. Gibt es hier was Besonderes? Gibt es hier Kräuterchen? Nein. Das ist jetzt einfach nur so ein Filzvorsprung. Da oben ist ein Turm. Ja, den kenne ich noch aus meinem alten Spiel. Wobei ich auch noch auf mich erinnern kann, dass es hier jede Menge Pflanzen gibt. Und ich glaube auch, so komische Hühner. Obwohl, ich sehe nichts. Abgerasen hier. Ein Pflänzler. Oh. Hier ist doch was. Gut, dass die Musik dabei ist. Diesmal. Ja, wie viel Gletscherquartz ist hier drin? Man kann ja gar nicht tauchen. So. Bestimmt ein paar Waldbären hier drin. Ich dachte, hier wäre Getier. Da ist noch eine. Oh, jetzt geht die Heilpflanzen suchen. Oh, woher klang? Da sind sie doch. Ah, ich bin froh, dass es hier Getier gibt. So. Ich habe was Lustiges vor. Und zwar, nachdem ich bis hierhin Heilpflanzen gesammelt habe. Okay. Kommt dann? Ja. Ja, da ist wieder die Fallproduktion gesichert. Wimit mal, habe ich irgendwas verpasst? Womit denn? Ah, womit denn? Oh, schön. Die Fackel kann ich nämlich anmachen. In der Nachtruhe. Fünf. Ach, dann machen wir es uns doch mal ein bisschen gemütlicher heute, nicht? Und zwar mit einer... Äh... Wo ist sie denn? Die gebrauchten Fackel. Wo waren die denn immer nochmal? Krautstampfer? Nee, das ist keine Fackel. Oder ich habe gar keine Fackeln mehr, oder? Bin ich mal wieder blind? Gucken. Ja, da ist was. Sehr schön. So. So, Leute. Der Turm ist jetzt von mir bewohnt. Das könnt ihr nämlich daran erkennen, dass ich jetzt die Truhe anzünde. Nein. Wollen wir nicht anzünden. Ähm. Ne. Gut. Jetzt unbedingt hier die Fackel anzünden. Hallo. Ja. Wischer. So. Und wir haben... Nein. Hihi. Hier ist was. Rostige Axt. Oh, wir haben Glück. Dass wir Pech gefunden haben. So. Gebt mir doch nochmal hier bitte ein Bettchen. Da werde ich gleich mal schlafen. Mal gucken, wie die Aussicht oben am Turm ist. Wir lassen uns mal hier die Seeluft um die Nase wehen. Schön. Hallo, Leute. Hier bin ich. Ja, ein bisschen Blödsinn. Noch nicht schlimm. Na? Rutsch dir mal von der Kante ab. Okay. Ähm. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Und zwar... Was sagen wir denn? Bis Mitternacht. Da passiert ja was. Ich weiß es nicht. Klasse. Meine Fackel ist geblieben. Bei anderen Spielen war das so, dass die weg war. Dann war der Tisch schon kaputt. Und meine Fackeln brennen. Sehr gut. Also immer, wenn ich was in der Hand habe, dann schleiche ich regelreicht. Gut. Jetzt gucken wir nochmal oben auf den Turm. Ich habe nämlich so einen Verdacht. Oh, 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 was jetzt? Nein. Kaputt. Oh, Gänsehaut. Habe ich jetzt gespeichert? Oh, ja. Na, schauen wir mal. Oh, ja. Ich war sowas von. Ach so, das war mit der Mollrat-Geschichte. Dann darf ich mal die ganzen Kräuter wieder nehmen. Mein Gott. Entschuldigung, die Wiederholung. Ja, so kann das nämlich auch manchmal gehen. Ach ja, den habe ich abgegrast. Den Teil. Und dann kommt die Burg. Äh, Burg, sag ich schon. Dann kommt's. Der Turm. Ich habe doch irgendwie was mitgekriegt, dass was in diesem komischen Turm ist. So, I'm sorry that I put... Ne, ich wollte ja gar nicht Englisch mehr reden. Nepperkraut bei Pflanzer. Nepperkraut. So. Dann war hier noch ganz viel Gletscherquartz. Habe ich mich eben verjagt, Leute. Ich hatte irgendwie auch von meinem allerersten Spiel, welches ich noch gar nicht aufgezeichnet hatte. Moment, wieso ist denn jetzt... Äh, auch in Erinnerung gehabt, dass in dem Turm was los war. Erst seit ich nach ein paar Jahren wieder hier angefangen habe, dieses schöne Spiel zu spielen. In dieser 2.5er Version. Die laufend verbessert wird, weil die Community nämlich so gut ist und auch ein paar Fehler oder eventuelle Fehler mit aufzeigt, die dann die Macher gleich verbessern können. Das finde ich gut, dass das so läuft. Und, äh, auch mit der Sprachverbesserung, falls da was fehlt oder nicht ganz gelaufen ist, dann, äh, wisst ihr Bescheid. Ähm, ja, jetzt werde ich doch nochmal... ...sicherheit selber abspeichern. Gott, da kommen dann so viele Gobos an. Ich fasse es nicht. Also, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich wirklich, ähm... ...ne Strategie. Wie... Womit denn? Womit denn? Ja, ja, ich weiß, aber du sollst die Truhe aufmachen. Jetzt brauche ich erstmal eine richtige Strategie. Wie ich den gleich, wenn ich bis Mitternacht schlafe... Wie viel sind denn das gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Also, die werden ja erst gespawnt, also... ...hingeballert. Wenn... ...ich da einen gewissen Trigger... ...also ein Trigger, also was heißt Trigger... ...also ein Trigger auslöse. Ich mache nochmal eine Fackel an. Damit auch hier die Zuschauer was erkennen können. So, ein bisschen für Licht sorgen. So... ...Quest ist abhängig davon, dass die Fackeln hier leuchten. Nein, das war ein Witz. Aber wäre cool. Ja... ...ääh... ...ääh... ...ich trau mich nicht. Ähm... ...ääh... ...wie ist die Bewaffnung denn von mir? Also, wird das da so viel so... Oh! Oh, was ist denn hier los? 2, 60, 40, 50... ...40, 30... ...was ist denn das? Ein röstiges Schwert. Kann ich tragen? Kann ich tragen. Sehr gut. Schaden. Vorher hatte ich ja diesen Nagelknüppel gehabt. Richtig, der... Ah, das ist ja 5 Schaden mehr. Äh... ...ob ich das hinkriege? Okay, gleich mal. Oh, Leute. Also, Nahkampf ist Quatsch, oder? Nahkampf ist Quatsch. Bogen. Uah. Alter, da... Die kamen von hinten, oder? So, gleich wird getriggert. Da. Und? Luch. Shit, diese... Alter. Die kamen von überall? Nengeng. Nengeng. Ja, das wird gruselig. Oder wir lassen es bleiben, wenn wir mehr Power haben. Glaube ich auch. Ja. Also, okay. Trotzdem... ...haben wir mal. Bis zum nächsten Morgen. Die Grillen sind weg. So. Holz, Holzstamm, richtig. Ja, wir brauchen ja noch ein paar Punkte. Wir können uns an diesen... ...Garvengern da hinten verlustieren. Überlegen wir mal gut... ...wie wir das machen. Entweder mit unserem rostigen Schwert... ...oder mit 81 Pfeilen. Nee, ich versuche erst mal... ...mit dem rostigen Schwert... ...die Hühner hier mal... ...platt zu machen. So, müssen wir natürlich... ...alle wieder einzeln rauslocken. Das ist immer die erste Regel... ...überhaupt gewesen. Das war mir auch der gute André... ...der mir der Spiel Gothic 1... ...mal geschenkt hat. Oh. Sollst du... ...sollst du... ...hatten. Okay. Ja, das gibt wieder für Pfeile... ...ein bisschen Material. ...ein bisschen Material. Ja. Da irgendwo. Er ist hacken lassen. Dann... ...na. Und um den Baum herum schlage. ...und um den Baum herum schlagen. Ups. Rhapsody in blue. Save early, save often. Wie viele sind denn da noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aha. Okay. Das Timing kommt an. Ist mir aufgefallen. ...und ich schlage zu. Oh, jetzt bin ich jetzt ziemlich nah dran bei denen. Ja, das ist... Ich bin ein bisschen ruhig dabei. Ich labere das jetzt nicht zu. Weil, wie schon gesagt... ...das ist fesselnd. Irgendwie ist das fesselnd. Oh, Dreier. Nein, 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 nein. Nicht Dreier. Oh, einer. Sehr gut. Das hat mir so. Du sollst nicht mit dem Baum schmusen. Ein bisschen was essen können die da. So. Ab in die Suppe. Huhn. Scavengerhuhn. Was gibt's denn lustiges? Ach, trinken wir mal ein Tränkchen. super. Gut. Ja. Ah, das ist eine gute Anruhe. Dann kann man die besser treffen. Ja, oder er auch nicht. Und oben herab. Nein. Ich muss... Ja. Die Reihenfolge, die Schlagreihenfolge. Ja, ich habe immer noch ein Hand, 13 Prozent, ne? Ja. Da sollte ich auch was machen, aber ich brauche auch andere Fähigkeiten. Achso. Ein Baum schmuzer, Scabby. Sehr gut. Das ist das, was ich haben wollte. Eine Stufe, um gestiegen zu sein. Ja, ist gut. Los, komm doch wieder in deinem Einhandtritt hier. Oder so. Das klappt im Hintergrund. Das ist klasse. Das ist nicht gut. Wir haben Erfahrung gesammelt. Wieder 10 Lernpunkte. Ergo. Genau. Ab ins Dorf. Eine Runde Pofen. Und schwimmen lernen. Schalötsche. Grüß göttliche Schalötsche. So. Nächsten Morgen. Perfektor. Putze wieder lecker. Dorotis Aurea. Juhu. Unsere beiden Palli. Für Enos. Ja. Sehe ich auch so. Für Enos. Okay. Denn die Sachen viel klarer. So du da. Red. Ach, er angelt. Jetzt kannst du mir bestimmt das Schwimmen beibringen. Hey du. Bringe mir das Schwimmen bei. Gut. Fang dir an. Es gibt mehrere Schwimmstile. Am einfachsten ist das Kraulen. Du streckst einen Arm nach vorn und ziehst ihn unter Wasser ganz durch. Stell dir vor, du streckst deinen Arm jetzt über deinen Kopf und lässt ihn dann sinken. Und das machst du eben kraftvoll unter Wasser. Während du mit einem Arm durchziehst, bewegst du den anderen genau andersherum nach vorn. Du bewegst deine Arme also immer wechselweise. Den einen nach vorn, den anderen ziehst du nach hinten durch. Gleichzeitig schlägst du mit den Füßen abwechselnd auf und nieder. Während einem Armzug macht man normalerweise zwei bis drei Fußschläge. Eigentlich ist es ganz einfach. Selbst Deuglinge können schwimmen. Du konntest es auch. Hast es nur vergessen. Übe das ein bisschen in der Nähe von Land, bis du sicher bist. Erst dann schwimme weiter hinaus. Na schön. Ich werde es mal probieren. Hoffentlich geht das gut. Keine Angst. Es ist wirklich ganz einfach. Okay, Schwimmen wissen wir schon. Dann machen wir auch gleich das Tauchen. Bringe mir das Tauchen bei. Gut. Das Wichtigste beim Tauchen ist die richtige Atemtechnik. Früher habe ich das auch nicht gewusst und so manches Netz verloren, weil ich es einfach nicht geschafft habe, es vom Unterwasserfelsen loszubekommen. Aber dann sind hier einige Leute aufgekreuzt, die bei den Wracks ebenfalls nach Schätzen gesucht haben. Und die waren richtig lange unter Wasser. Ich wäre da längst abgesoffen. Sie sind immer von hier aus losgeschwommen und haben oft auf meinem Anleger gesessen und sich unterhalten. Und ich habe mich manchmal dazugesetzt und zugehört. Sie sprachen unter anderem von speziellen Atemtechniken, die die Tauchzeit verlängern sollen. Ich habe das zuerst nicht glauben wollen, aber als ich das dann geübt habe, habe ich festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert. Sie sagten, man darf nicht einfach tief einatmen und dann tauchen. Das sei ganz falsch. Man muss vorher mehrmals tief einatmen und vollständig ausatmen. Dadurch soll sich wohl die Lunge dehnen. Dann ein letztes Mal tief einatmen und untertauchen. Unter Wasser darf man nicht den Fehler machen, die Luft anzuhalten. Man muss sie langsam rauslassen. Sonst verkrampft das Zwerchfell und es besteht die Gefahr, dass man ohnmächtig wird. Und natürlich muss man das üben. Aber dadurch verlängert sich die Tauchzeit erheblich. Interessant. Das werde ich mal probieren. Also wie war das? Ja, und dann ganz viel... Okay, tief einatmen, einmal, aber mehrmals die Lunge dehnen. Wollen wir erstmal die Übung machen oder schon mal ein bisschen versuchen zu schwimmen? Also Seepferdchen haben wir gemacht und... Oh yeah, gut, schön. Also, das ist so verschwommen. Ah, das ist so verschwommen. Jetzt können wir mal richtig gut tauchen. So. Blub, blub, blub. Okay. Da kann man gut was absuchen. Es gibt einige, habe ich auch gelesen, die haben diesen Blur-Effekt aus dem Renderer abgeschaltet. Ich glaube, das kommt vom Renderer. Und äh... Ich muss ehrlich sagen, wenn ich tauche und habe keine Taucherbrille dabei... Die gab es da damals im Mittelalter noch nicht. Dann sieht das so aus, liebe Leute. Und dann muss man sich ein bisschen Mühe geben. Was ist denn das? Was war denn das für ein Bückling? Ein Riesenfisch. Oh, ich kann aber lange in die Luft anhalten. Was ist denn das Lustiges hier? Okay, jetzt werde ich erstmal wieder nach oben gehen und gucken, an welcher Stelle... Ach. Ich verstehe, da wo der Zaun ist. Hier bin ich. Also, soweit bin ich schon tauchen... Tauchen gegangen. Okay, dann wollen wir mal... Infrieden mal unsere Erfolge oder unsere ersten Versuche mal. Ja. Ich habe das mit der Atemtechnik ausprobiert. Und? Hat es geholfen? Und wie? Ich kann fast so lange unter Wasser bleiben wie ein Wal. Na, jetzt übertreibst du aber. Aber nur ein bisschen. Diese Atemtechnik ist wirklich gut. Danke für den Tipp. Ja, herrlich. Jetzt haben wir das kleine und das große Seepferdchen gemacht. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin angeguckt habt. Gebt mir einen Daumen. Follow me. Schreibt Kommentare. Und... Bis zum zehnten Teil. Tschüss. Bleibt mir treu.